oh ja doch mir gefällt es mit den dächern sehr sehr gut jetzt schon das so unten versetzt dann kommt das dann die versetzt und dann kommt oben noch mal eins drauf man sieht dass der villa ist man sieht dass es hotel ist also man sieht es auf jeden fall da bin ich jetzt gerade sehr sehr froh hier auch sein können dass der scheiße aussieht bisschen ahnung habe ich vielleicht dann doch und tiefen ich verstehe jetzt müssen wir noch nach oben wieso habe ich nur noch drei gerüste so bei der noch immer steht dann kann ich überlegen ob ich hier runterziehen dann vielleicht mal besser aus aber wie gesagt hier will ich so die rezeption reinbauen kommst du hier erstmal einen offenen raum rein da kann man mit verzierungen ja auch noch gut arbeiten also wunderbar gar kein problem jetzt die frage wo ich da am besten erst mal hoch geht so das passt mehr brauchen wir nicht das dach werde ich wahrscheinlich auch nicht spitz zulaufen machen also so ist irgendwann nur noch ein punkt da ist auch max mal drei stunden hoch das passt dann halt einfach zu den gesamten flächern hier so nicht warte mal habe ich gerade sogar eine ganz coole idee so was wäre wenn wir dann im pool öffnen würden wo kommst du her mein freund warum jagst du mich jetzt sind wieder da weil er auch wieder das weiß nicht warum ist ein zweiter ich habe keine ahnung warum die auf einmal spawnen wenn ich überlege im wasser ist doch hier nichts wenn die sandja feuer auf der insel nicht gewesen ich hoffe die machen hat nur keine probleme in der zukunft aber wir haben wieder zwei treasure chests so ich brauche natürlich die schwerte nicht das andere zeug bräuchte ich jetzt auch nicht oh wir haben wieder ein creeper maus äh wie sollen wir jetzt da auch ein creeper als wenn da oben mal einer gespawnt ist mhm dann ist wahrscheinlich da oben ein creeper mal gespawnt und hat sich dann auf mich drauf fallen lassen und deswegen ist der da explodiert verstehe so das ist hier was kommt denn da passt denn da noch rein wo habe ich denn die erfahrungsfläche habe ich nämlich jetzt auch gar keine zeit und lust es auszuräumen bisschen wassamer wieder darf hier also 30 sind wir jetzt auch auf jeden Fall aufpassen wir haben Spinnen wir haben Zombies wir haben jetzt einige Sachen da oben ich schlafe auch einfach mal wieder ich schlafe auch einfach mal wieder ich will laufen ich will laufen guten alten guten alten ah sagt schon Belichtung dass wir uns über die Laternen kümmern so das mache ich zu weil das gefällt mir einfach nicht ich lege ich lege ich lege bleibt dann auf der höhe und von dem vier da wird er recht sein so das zu machen ja auch mal gut wir brauchen wir verkaufen wir bräuchten glas und wir brauchen blätter lassen wieder palmen blätter wunderbar ist alles fertig 34 ich habe ein skelette und trage mich ernsthaft wie damit das glas sind ich habe gar kein neues gemacht dann machen wir das ausschneiden boi sticks okay gut dann lichter haben wir nichts mehr wir haben keine laterne ist mehr wie sollen wir keine laterne ist 18 oder fies nicht hätten ich meine backpacke welche habe ich auch fackeln ich habe fackeln und wir haben ganz viel eisenzeug das stört mich gerade wir brauchen nämlich jetzt hier da eisenklümpen eisenklümpen aus dem machen wir auch eisenklümpen so 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 60 haben wir wieder 60 könnten reichen weiß ich aber nicht das glas ist mild ja ich habe kein grünzeug dabei ja nix grünzeug ich habe generell nicht mehr viel und sich aufpassen genau hier können wir dann auch noch ein paar palmen pflanzen so wie die wo ist mein grünzeug da wo ist mein grünzeug da so gut weil wir ziehen das durch 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 nicht so jetzt habe ich aber trotzdem wieder was vergessen stimmt warum eigentlich grünzeug stimmt warum eigentlich grünzeug das geht auch dann kommt das glas halt auch drauf gut das ist unser ganzes glas wieder weg ja auch mein gott das ist bitter dass ich so ein soli bin ja gut wenn wir ja schauen wir mal wie wir hier noch weiter kommen wie 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 vis-a-vis mes-a-mi e si äh 3 3 3 3 hier brauche ich das gut damals da ist es schon oben wunderbar 3 4 mit dem unterschied ich sehe halt jetzt nicht ganz so gut aber doch sollte alles passen wunderbar so in den zwischenräumen kommt dann noch grünzeug rein ich hätte auch bock dass bambus davor wächst vielleicht mal schauen hier ist auch noch so eine sache wie und so dann wir die stört mich hart schon so es muss schüsse wenn man überlegen noch eine grün zu arbeiten hier sehe ich einen kronleuchter drin die frage wie ist es umsetzbar muss ich natürlich schon mit dem glas passt dann brauchen wir jetzt wichtig auch sand wir brauchen stein slavs es ist eigentlich schwierig da zu managen aber wir sollten schon sand holen sand anderen dinge noch wohl das ist ein zombie irgendwo ob es sagt nicht auf den dächtigen warum bin ich jetzt in die bücherei muss ich nicht hin da muss ich nicht hin nein nein wir kaufen nichts das ist also jetzt richtig ach das vergessen selbst einen zu basteln das könnte man versuchen wenn sich jetzt auch nicht so richtig da weiß ich jetzt auch nicht so richtig noch die brauche ich nicht also nicht so viele reichen zwei dann zurück machen wir nämlich auch mal wieder ein paar das reicht ok jetzt ich muss echt hart überlegen wie kriegen wir das mit dem kronleuchter am besten was gibt es denn dafür für da gibt es halt nur die was hat den hier noch das ist das ist das ist klar na gut dann irgendwie noch was mit dem kronleuchter am besten also die kannst du verbinden also die kannst du verbinden ich muss ja grad echt wieder mal nachdenken weil es ist nicht so einfach das aus dem kopf zu machen wir brauchen auf jeden Fall die kette die habe ich dann ich würde das ist halt nicht so dünne längliche sachen wie die ketten brauchen auf jeden fall die kerzen die wir ich habe ein bisschen überfragt einfach fest aber die müssen halt irgendwo festgemacht werden da habe ich halt gerade einfach eine vorstellung von wo waren das hier das ist mein ganzes eisen gerade verbraten auch super gut dass ich gar kein eisen sonst habe ich habe hier nicht alles verbraten mal 10 dann schauen wir mal rüber werden jetzt einfach mal aus ich habe was ich für sachen jetzt mitgenommen habe ich brauche auch hier kein monster auf der karte also sollten wir safe sein erstmal so sieht es jetzt übrigens aus hat auch was verstehe ich da so ein paar blöcke nicht ganz warum die so komisch angezeigt werden hier bleibt schon auf jeden fall trocken ach man das passiert mir jetzt wo ich denke ja ich brauche die axt gerade eh nicht da oben kann man sich überlegen ob man noch was hin will ja das passt jetzt schon ich habe aber eh wieder die hälfte nicht mitgenommen von dem was ich mitnehmen wollte die haben gereicht das ist schon mal gut ich brauche sand auf jeden fall sand die haben wahrscheinlich nicht gereicht ja na gut doch aussich macht es dann halt anders wir brauchen ja auf jeden fall da noch mal ist der das ist ja direkt am glas das ist nicht die beste lösung finde ich für mich ich habe mit der schaufel da muss ich gar nicht als einsam ich da ja auch kollektisch trafen aber hier zum beispiel weil irgendwie muss man ja da runterkommen so und dann machen wir es da auch anders ja alles immer spontan jetzt weil wir machen es dann einfacher und zwar hier und da es ist mager dass ich jetzt schon wieder kein holz mehr habe gerade so schlecht ausgegangen na gut ja wir brauchen hier auf jeden fall noch die zwei oh ne rein drücken wir die so nicht so jetzt kommt hier nämlich dran hier brauche ich ja auch noch mal ok bevor ich jetzt wieder zurückgebe, mache ich das jetzt aber mit dem Throne Leuchter Throne Leuchter kann man sich hier auch überlegen, aber ich habe hier was anderes noch vor